Seit Apple entschieden hat, dass man keine Anschlüsse mehr braucht für Kopfhörer, spriessen diese kabellosen Kopfhörer wie Pilze aus dem Boden. Ich habe jetzt mal sechs ausprobiert und wollte euch meine persönlichen Charts erzählen. Und obwohl Apple hier der Vorreiter ist, muss ich leider gestehen, für mich sind Apple-Kopfhörer oder aussehen, als wären sie in einer Zahnseide-Kischli oder Tic-Tac-Böchse oder so. Irgendwie die enttäuschendsten von allen. Ich muss aber auch, dass ich keine iPhone-Nutzerin bin, sondern Samsung, vielleicht bin ich hier parteiisch. Erstens finde ich, sie sehen, naja, aus, wenn man sie drin hat, aber das ist eigentlich nicht so relevant. Am bezeichnendsten finde ich, dass sie die einzigen von den sechs, die ich getestet habe, sind, wo keine Stöpsel drauf haben, dass man sich auch besser ans Aura passen kann. Das heisst, sie halten zwar nicht schlecht, da habe ich recht gestaunt, ich kann wirklich hin und her gewackeln, aber sie machen eben auch nicht ganz zu und der Sound ist so mittelmässig. Also für mich eher die, die ich am wenigsten gut finde. Jetzt, zweitletzte, ist bei mir der Jabra Elite Sport. Ich glaube, für Leute, die sehr viel Sport machen und wirklich wollen wissen, wie ihr Puls ist und alles, sind die wirklich super die Messen im Ohr, in der Herzfrequenz. Nur ich mache nicht so wahnsinnig viel Sport, für mich ist das nicht so wichtig und ich finde es saumässig unbequem. Sie haben zwar eine gute Soundqualität, aber ich habe da wirklich mit den verschiedenen Aufsätzen, auch hier verschiedene Aufsätze, es ist toll, dass man alle auswechseln kann, aber bequem sind wir nie erwartet. Nach ein paar Minuten muss ich diese wieder abziehen, einfach wegen dem. Leider auch nicht so, wie das wäre. Dann sind es wahrscheinlich der Bagi, der Headphone. Die sind zwar super, weil sie nicht so teuer sind und für das sehr viel leisten. Sie sind auch sehr bequem und schlicht, also wenn man sie im Ohr hat, finde ich sie leider so übertrieben aus wie viele andere. Aber sie sind zum Beispiel auch sehr Knöpfe statt Touchreaktion. Und hier zum Läutenstellen und Leisungen stellen muss man dann halt immer im Ohr so drücken und es ist einfach irgendwie unangenehm. Plus das Case hat keine Batterie drin, es ist einfach nur eine Ladestation. Andere kann man dann wirklich in den Taschen im Case laden, was ich extrem praktisch finde. Darum die drittschlechteste, aber einen guten drittletzten Platz. Als nächstes sind bei mir die Sony WX100 oder so etwas. Sie haben einen komplizierten und sexy Namen, aber das sollte ja alles spielen. Erstens finde ich sie einfach nicht so wahnsinnig toll, wenn man sie im Ohr hat. Sie stellen da so raus. Sie sind aber sehr, sehr bequem. Und sie sind die Einzigen mit Active Noise Cancelling. Und es ist wirklich, wenn man diese drin hat, hört man die Umgebung nicht mehr, wenn man das nicht will. Man kann die Umgebung aber auch zuschalten. Was toll ist, sie haben nicht schlechte Sendqualität, muss ich sagen. Aber ich habe noch bessere getestet. Und zu denen kommen wir jetzt. Und zwar die von Bang & Olufsen, Beoplay E8 und Samsung Gear Icon X. Die habe ich beide sehr gerne, beide sehr gute Sendqualität. Samsung gewinnt bei mir, und zwar aus einem ganz einfachen und blöden Grund. Die Beoplay sind wunderschön, finde ich. Die schönsten mit Abstand und sie sind sehr bequem im Ohr. Sie haben nicht so eine Auffällung. Und sie funktionieren über Touch. Sehr praktisch. Zum Leuten stellen z.B. einfach lange draufgeblieben. Dann wird die Leute zum Leitlingen stellen auf dem Link genau das Gleiche. Ja, und An- und Abstellen auch. Total toll. Aber zum Pairen sind die total kompliziert. Ich habe es irgendwie zehnmal probiert, bis ich das erste Mal hinbekommen habe. Zum anderen Testen habe ich sie wieder entkoppelt. Und dann kann ich sie nicht mehr Pairen. Und ich habe auch online gelesen, dass sehr viele Leute mehr mit dem. Und allein wegen dem gibt es jetzt bei mir halt noch der zweitbeste Platz. Und vorne haben die Samsung. Weil die haben super Soundqualität, finde ich. Für so Earbuds ist natürlich nie gleich gut wie Over-Ear. Grosse Kopfhörer mit Kabel und so. Aber wirklich gute Soundqualität. Und auch diese nicht so gross auffällig. Und man kann sie sehr gut am Ohr bedienen. Zum Leisungen machen. Anbestreichen. Zum Leuten machen. Uferstreichen. An- und abstellen. Telefonieren. Alles kann man bei denen. Darum für mich der Gewinner. Zum Leisungen. Zum Leisungen. Zum Leisungen. Zum Leisungen. All Trying. Zum Leisungen.